Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich mache ein kurzes Video, um Ihnen zu erklären, wie Sie viel Geld sparen können. Ich erkläre es Ihnen, wie Sie sehen können, hier das Licht, das hier links blinkt. Sagte BF, also die Akronym für Partikelfilter, dieses Fahrzeug ist ein Mazda. 3, 2200 Diesel, das Problem mit diesem Fahrzeug ist, das war ungefähr einen Monat, der Besitzer. 4, sagte uns, diese Lichtangehen angehen, aber es ging nur ein paar Sekunden an. Und ging aus, wenn es angeht, fällt der Motor aus und das Fahrzeug verliert an Leistung, aber ich habe schon gesagt, dass ein paar Sekunden um dann geht es. Wieder normal, was ist passiert? Es war ein sporadischer Ausfall, er hat es gelassen, er hat es bis jetzt gelassen, dass er es in die Werkstatt gebracht hat, das schon ein Monat vergangen ist und er jetzt ungefähr eine Woche gesund ist. Es tut nicht ausschalten, schau. Das geht nicht aus, du siehst, dass der Motorschaden dort weitergeht. Also, was ich getan haben musste, war, als es anfing, sich einzuschalten und diese paar Sekunden, in diesem Moment musst du. Das Auto fahren, das bedeutet, dass das Steuergerät den Partikelfilter nicht regenerieren kann. Okay, deshalb ging es für diese paar Sekunden an, aber da, in diesem Moment, sie haben immer noch die Möglichkeit, das Fahrzeug auf die Straße zu bringen und die Drehzahl zu erhöhen. Wenn es über 3000 Umdrehungen zu haben, für mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde, das wird den Partikelfilter stark entlasten, weil er verbrennt viel Ruß, es wird den Ruß verbrennen, den es im Inneren hat, und es wird in der Lage sein, das meiste davon auszustoßen, was ich Ihnen in einem Video erkläre, das ich gemacht habe. Ich werde den Link dort lassen, um es mindestens einmal pro Woche zu tun, geben Sie dem Auto einen Patoffel, das heißt, laden Sie die Umdrehungen genau hoch, damit der Partikelfilter eine Temperatur von 600 Grad erreicht, wenn er den darin enthaltenen Kohlenstoff verbrennen kann. Wenn der Besitzer dieses Fahrzeugs das getan hätte, wann das Licht begann anzugehen, aber es ging aus, wer ich will damit sagen, dass der Turbo wieder zurückgekehrt ist, er war nicht komplett verstopft. Er hat bereits gewarnt, da hätte er in diesem Moment verhindern können, dass er dieses Ergebnis erreicht. Jetzt kann die Regeneration nicht durchgeführt werden, und der Partikelfilter entfernen und zu einer Firma bringen, um zu sehen, ob Sie es reinigen können, denn oft muss es ausgetauscht werden, und wir sprechen bereits davon, viel Geld auszugeben, Geld, das hätte gespart werden können, wenn diese Warnung eingetreten wäre zu Beginn mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde lang über 3000 Umdrehungen gestiegen habe, bevor dieses Problem auftritt, tun Sie es mindestens einmal pro Woche, wenn Sie das Fahrzeug viel in der Stadt und bei niedrigen Geschwindigkeiten fahren. Auf diese Weise würden Sie verhindern, dass dieses Problem jetzt auftritt, d.h. dieses Problem könnte im Umkreis von vielen Kilometern auftreten, wodurch Sie viel Geld sparen würden. Nun, hier überlasse ich Ihnen dieses Video. Wenn es für Sie nützlich war, vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.